Vielen Dank. 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 Ja, Jungs, gehen wir. Unsere Wiese, unsere Punkte. Ja, gut. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jutla. 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 6, 10, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Das war's. Ja, wir sind gut. Ein Euro. Und jetzt zur Aufstellung des SC Versorgung. Mit der Nummer 9, Philipp Knutzer. Mit der Nummer 11, Christian Bohr. Mit der Nummer 14, Thomas Ofner. Und mit der Nummer 16, Christoph Grenn. Der Sachspieler, Erik Reich, Lukas Kern, Fabian Oberger und Halil Dombayzi. Dreh am SC Wadsauberung ist Heinz Kremser. Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Klaus Wiesack aus Eisenstadt. Assistent ist Georg Binder aus Neckenmarkt.